Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei knapp 71.000 US-Dollar. Wir haben gestern nochmal einen ordentlichen Pump gesehen bis auf 71.800 US-Dollar. Wir haben unser Short-Ziel noch nicht ganz erreicht, was hier oben bei ca. 72.000 US-Dollar lag. Die grüne Box oder diese gelbe Box hier eher gesagt, ist ja die Range-Box eher. Ich habe mir aber erhofft, dass wir hier zumindest noch diesen Wiki nach oben sehen. Vielleicht kommt es heute noch im Laufe des Tages, das werden wir uns auf jeden Fall jetzt mal angucken. Wir werden natürlich auch auf Ethereum, auf unseren Gold-Trade und natürlich auch auf unseren Euro gegenüber dem US-Dollar-Trade gucken. Außerdem natürlich auch auf die Stockmärkte, also es ist wieder viel, viel, viel zu besprechen, was wir uns angucken. Außerdem auch die News, weil da steht ja heute auch einiges an. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse sucht, wo es derzeit wieder ordentliche Events gibt, dann kann ich euch nur meinen Partner BingX empfehlen. Dort kriegt ihr, wie gesagt, momentan ordentlich wieder Boni. Es gibt wieder Einzahlungsevents etc. pp. Also macht da gerne mit, beziehungsweise wenn ihr halt eine Börse wechseln wollt oder sonst was, kommt da gerne hin. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 70.900 US-Dollar. Wir hatten gestern unseren Pump. Wir haben mittlerweile auch wieder, muss man dazu sagen, eine Bearish Divergence. Das heißt, wir hatten ja hier immer höhere Hochs bekommen. Und im RSI auf den 1-Stunden-Timeframe mittlerweile dann tiefere Hochs im RSI. Das heißt, Bearish Divergence hat sich mittlerweile schon etwas ausgespielt. und könnte sich in den nächsten Stunden auch nochmal etwas mehr fortfahren. Nachdem wir hier unsere kleinere Range verlassen haben, die kann man jetzt mal hier wieder wegmachen, gab es dann eben hier diesen impulsiven Pump nach oben. Volumentechnisch keine wirklich sonderlichen Ausbrüche nach oben jetzt im Gegensatz zu den letzten Tagen. Trotzdem etwas mehr Volumen dann gestern eben zu dieser Stunde. Was ich mir jetzt eben gut vorstellen könnte, dass wir eben diesen Pump, und den können wir jetzt auch nochmal ganz kurz gegenchecken mit den Vektor-Candles, weil wir hier auch eine schöne grüne Vektor-Candle noch dahinter haben, dass wir uns diesen jetzt in den nächsten Stunden nochmal holen. Zumindest in diesem Preisbereich hier circa bis 69.400 US-Dollar. Und sollten wir hier diesen Bereich dann eben halten können. Das heißt, wenn ich das mal ganz kurz einzeichnen kann, dass wir hier nochmal runtergehen und diesen Bereich eben halten, dann werden wir sehr wahrscheinlich nochmal dieses Top hier oben anlaufen. Und dann kommt es eben darauf an, entweder halten wir diesen Preisbereich von 72.100 US-Dollar, können uns hier oben stabilisieren jetzt über die nächsten Tage, dann wäre der nächste Step auf jeden Fall die 74.000 US-Dollar oder sogar dann hier oben in Richtung 80.000 US-Dollar. Sollten wir jedoch scheitern, dann gehe ich eher davon aus, dass wir hier ein größeres Doppeltop bilden. Das würde nämlich dann auch zum 4-Stunden-Time-Frame ganz gut passen. Darüber haben wir auch gestern schon mal oder vorgestern drüber gesprochen, dass wir dann hier ein etwas größeres Doppeltop haben und dann eben früher oder später in Richtung 62.000 US-Dollar abverkauft werden. Was natürlich auch die Märkte momentan ein bisschen pusht, ist die Aussicht auf Zinssenkungen heute. EZB soll glaube ich darüber entscheiden, ob in der EU zumindest mal die Zinsen gesenkt werden. Das wäre der erste Step. Viel, viel wichtiger sind aber die USA. Und da haben wir auch schon am Montag oder Dienstag darüber gesprochen, eben auch über die News, was da eben heute noch auf uns zukommt. Erstanträge, Arbeitslosenhilfe, Produktivität außerhalb der Landwirtschaft. Also da kommen heute um 14.30 Uhr nochmal ordentlich News auf uns zu, die die Märkte dann auch natürlich ordentlich bewegen könnten. Für mich aber wichtig, wie reagieren wir hier oben an der 72.000 US-Dollar-Marke. Alles andere ist erst einmal nicht so wichtig. Wir haben unsere Long-Position noch offen, die von hier unten war. Die Short-Position wurde ausgestoppt. Das heißt, hier oben wäre dann für mich weiterhin auch der Short-Bereich, den wir dann auch nutzen werden. Gehen wir rüber zu Ethereum. Und da hatte ich gestern das erste Mal wieder ein bisschen Hoffnung, dass wir eine kleine Altcoin-Season sehen. Weil auch die Altcoins ein bisschen gepumpt sind, zumindest im Gleichschritt mit Bitcoin. Aber dann hat es doch nicht wirklich dafür gereicht. Also wir sind bei Ethereum weiterhin, oder ich bin dort weiterhin eher mal auf Seitenlinie gestimmt. Weil wir hier zwar aus dieser kleineren Akkumulationsphase, oder wenn wir sie hier rüberziehen, etwas größere Akkumulationsphase, zwar jetzt hier versuchen auszubrechen auf dem 4-Stunden-Timeframe, aber noch nicht wirklich impulsiv. Und ich möchte hier mindestens, und da bleibt der Plan, bis 4.080 US-Dollar hoch, bevor ich hier in irgendeine Short-Position hier reingehe. Vorher werde ich nichts machen, weder Short, weder Long oder sonst was. Long ist mir ehrlich gesagt sowieso zu riskant, nur um diesen Abschnitt hier oben abzuwarten. Short ist mir da deutlich lieber, weil wir nach unten hin deutlich, deutlich mehr Potenzial haben, bis halt eben, wie gesagt damals, oder wie die ganze Zeit schon gesagt, 3.200 bis 3.170 US-Dollar. Also daran ändert sich nichts, und da tut sich auch momentan nichts. Wir sehen, der ganze Markt momentan wieder leicht im Minus, nachdem es gestern zumindest leichte Aufschwünge gab. Sowas wie FTM zum Beispiel extrem gestiegen. Aber gut, warten wir erst einmal ab, und ich habe euch ja auch dazu gesagt, und da werden wir uns nochmal ganz kurz die Bitcoin-Dominance angucken, aber hier wieder, wie gesagt, auf den Daily-Timeframe, solange wir hier in dieser Range sind, beziehungsweise in diesem Akkumulationskanal, beziehungsweise in diesem Abtrendkanal, müssen wir uns über Altcoin-Season keine Gedanken machen. Aber wir sehen auch, es tut sich hier überhaupt nichts. Das heißt, Bitcoin immer noch obendran. Es können manche Altcoins pumpen, sowas wie Biercoin oder sowas, was mehr Meme getrieben ist. Aber eine richtige Altcoin-Season, da würde ich ehrlich gesagt nochmal ein bisschen Abstand nehmen. Gehen wir rüber zu unseren Trades, die jetzt laufen. Und da erfreuliche Nachrichten, also für alle, die Gold hatten. Wir hatten hier einen perfekten Entry, und wir wurden perfekt hier mit einem doppelten Boden nochmal belohnt. Zweiter Take-Profit wurde jetzt genommen. Das heißt, wir sind hier erstmal jetzt komplett safe. Den dritten Take-Profit habe ich ja auch schon dazu gesagt, der wird hier oben im Golden Pocket kommen. Das heißt, Trade perfekt gelaufen. Wir hatten eine echt gute Woche, muss man jetzt ehrlicherweise schon mal sagen, mit Bitcoin Long. Mit diesem Trade und auch mit dem Euro. Ansonsten, hier wird jetzt erstmal nichts gemacht. Also weder verdoppelt, wir warten jetzt ab, bis der dritte Take-Profit kommt. Werde ich aber nochmal Bescheid geben. Entweder 2390 oder wie gesagt hier in diesem Golden Pocket Bereich, wo auch der alte Pivot Point ist. Und dann können wir einen Hedge machen mit einem neuen Short Entry. Aber das gefällt mir richtig, richtig gut. Also der Trade läuft auch perfekt. Und Gold hat sich perfekt auf unseren Long eingestimmt. So kann man es auch sagen. Und die Range hält weiterhin. Gehen wir rüber zum Euro. Was gibt es da zu sagen? Hier muss man ehrlicherweise sagen, hier könnte sein, dass unser Trade ausgestoppt würde. Ich habe gesagt, wir nehmen leichte Profite. Ist auch gemacht worden. Eventuell sollten wir hier noch ausgestoppt werden, weil wir hier erst einen Entry von irgendwas 1,091 haben oder sowas. Dann werde ich den Trade aber nochmal aufmachen. Also ihr müsst auch nicht den Trade auf Stop-Loss Entry machen für mich. Ich halte daran erst einmal fest. Weil wir eben, wie gesagt, bei Gold dann auch in den Widerstandsbereich kommen, was dazu führen könnte, dass Gold dann wieder abverkauft wird. Die XY stärker Euro darunter wieder etwas leiden könnte. Deswegen warten wir hier erstmal noch ein bisschen ab. Ansonsten DAX Trade technisch warte ich auch weiter ab. Da hat sich auch nichts getan. Und S&P 500 weiter komplett am Pumpen. Hat das hoch hier nochmal rausgenommen. Das heißt, hier werden wir auch nicht short gehen. Nächste Chance und das klingt jetzt happig, aber es sind die 5400 Punkte Marke. Ansonsten tut sich relativ wenig. Wir müssen heute auf die News um 14.30 Uhr abwarten. Wie gesagt, Bitcoin eher short als long. Ethereum eher short als long, wenn Ethereum mal pumpen würde. Die anderen Trades laufen bereits. Ansonsten tut sich einfach derzeit zu wenig, muss man ehrlicherweise sagen. Auch Nasdaq komplett am Pumpen. Das meine ich da eben, dass eben die Aussicht auf Zinssenkungen gestern die Märkte noch ein bisschen beflügelt habe. Quartalszahlen etc. pp. Aber ich denke mal, heute und morgen die News werden dann auch nochmal ein bisschen mehr die Richtung angeben. Ansonsten lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Wir hören uns dann auf jeden Fall morgen früh nochmal zu einem kleinen Update oder zu einem größeren Update. Je nachdem was passiert. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen, erfolgreichen Tag. Erfolgreiche Trades. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay cool.